hallo ho Freunde willkommen zurück zu pacific drive so wir wollen hier oben hin und ich will jetzt ein paar sachen finden dass wir hier unsere Türen zum Beispiel bauen können oder eine Stoßstange oder halt auch die Platten genau und da bin ich am gucken was ich auch noch vor habe ist hier den Motor zu bauen hier bin ich mir ein bisschen unsicher weil die besten Reifen sind eigentlich die Geländerreifen oder man holt sich die pannensicheren Reifen wäre auch noch eine Idee aber ich würde sagen wir fahren dann mal los so und wir könnten auch noch die unsere Rüstung und so weiter ausrüsten äh upgraden meine ich oh cool eine Kassette hier wollen wir hin so oh da können wir doch schon mal direkt hin fahren wieso ist denn jetzt die Tür abgefallen kannst ja auch keinem erzählen okay oh das finde ich cool die CD und mal wieder das beste Wetter ausgepackt irgendwie ist ein Pacific Drive immer ähm Regen oder Dunkelheit wow okay war ein wenig rutschig wieso war ein wenig rutschig was war ein wenig das klyg war einullehrers schaute Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ja, wir nähern uns jetzt, denke ich mal, im heutigen Stream echt dem Ende von Pacific Drive. Mal kieken, was da noch auf uns zukommt. Okay. Oh, ich muss da die Zutaten aussortieren. Und hier sind auch keine. Ah, wie heißt das gleich noch? Äh, Zubfeier. Da sind welche. Die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Davon habe ich nämlich vorhin sechs, oder gestern 600 Stück ausgegeben. Und jetzt haben wir keine mehr. Zubau. Okay. Zurück zum Auto. Hier rechts ist auch nix außer die. Ich gucke hier die ganze Zeit links und rechts, ob ich irgendwas finde. Was ich noch brauche, aber anscheinend gibt es hier nix mehr. Oh. Echt super Wetter, muss ich sagen. Und ab zur nächsten Karte. Und ab zur nächsten Karte. Hier können wir einfach geradeaus fahren. Aber hier gibt es hier Olympium. Ich glaube eher weniger. Die würde ich eben holen. Weil ich brauche die Plasma-Geschichten. Hö, hö. Ach, das war die Fackel. Okay. So. Ein paar Zutaten geholt. Oh, vielleicht können wir den benutzen. Wir brauchen nämlich Limm-Magneten. Wieviel haben wir hier? Oh. Den können wir ja immer gebrauchen. Okay, super. So. Oh. Oh. Verdammt. So. Nehmen wir hier die Truhen auf jeden Fall mit. Oh. Ah, ne Sprengstoffkiste. Und das hier ist ne Sprengstoffkiste. Wir brauchen noch Sprengstoff. Jetzt noch zweimal für den Limm-Motor. Und den will ich auch haben. Oh. Und hier den müssen wir mitnehmen. Nice. Oh. Ist die Batterie kaputt? Das. Das ist echt blöd. So. Oh. Im. Na, 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 na. Plus. Okay. Ich sollte nicht so auf die Karte gucken. Sonst fährt man hier gegen alle möglichen Sachen gegen. Das ist wieder so ein Magnetteil. Noch ein Magnetteil. Oh. Oh. Das sind wieder blöde Häschen. Guck mal. Fahren wir doch ein. Oh. Ah. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Hehe. Okay. Waren hier echt nur zwei Klumpen dran? Ja anscheinend. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh. Es kommt ein Sturm. Das heißt, wir müssen... ...schnell zurück. Und irgendwo habe ich hier noch ein Anker hingeschrieben. Hier ist der Anker. Cool. Aber beschädigte... Brauchen wir die noch? Weiß ich doch nicht. Sturmwarnung. Ich sehe hier nichts, was irgendwie noch nach Olympium aussieht. Wir haben gerade mal fünf bekommen. Also... Gucken wir in die... ...Map. Ich will nämlich hier den... ...da hinten noch mitnehmen. Guck mal, dann können wir das hier mitnehmen. Also nirgends vor Olympium. Ups. Oh. Genau, hinter uns. Es ist... ...dum. ...dum. Das ist... ...dum. ...dum. Ist das komisch. Meteoritengewitter. Wow. Habt ihr das gesehen? Hier kommen einfach Felsen. Heilige. Alter, 100% Strahlung. Alter, Schwede. Heilige Kacke. Alter. Kann ich die noch scannen? Himmelsbrocken. Ja, ich konnte sie hacken. Äh, nicht hacken. Gott. Alter. Alter Schwede. Ja, das war krass. Das hat mich echt... Oof. Schuss! Ah, hier ist alles kaputt. Und ich glaube, man kann das nicht reparieren. Abgenutzt kann man nicht reparieren. Das ist echt störend. 22 schon. 22 schon. Untertitelung. BR 2018 Ich glaube, ich sollte die Sachen mehr plündern. Weil die Ressourcen, die ich gerade bekomme, das ist echt nett. Und Olympium. Noch mehr. Ich brauche viel mehr. Ich dachte, das wäre ein normaler Ding als Kirchen. Äh, Baum. Okay, da sollte ich nicht in der Nähe sein. Und das ist nicht hart nervig. Wollen wir mal ne Runde tanken. So. So. Aufgefüllt. Oh, den will ich mitnehmen. So. So. Kann man mitnehmen. So. 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 Hier müsste hoffentlich ein bisschen was drin sein, was man brauchen könnte. Okay. Ähm. Plasma gegen. Olympium. Ein Olympium. Ein Olympium für sechs. Ähm. Hm. Oh. Die haben den, äh, Tankzapfen. Tankhahn. Shhh. So. Ist hier noch Olympium irgendwo? Shhh. 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 Oh mein Gott. Es kommt schon wieder geregnete Himmler. Oh. Heilige Kacke. Oh was ist das? Wieso leuchtet das grün? Oh. 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 No. Move the. Gods. Nets. Also. Oh, 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 oh. Ich fahr hier lieber mal am Außenrand lang. So, der heilt mich jetzt zum Glück. Ja, Freunde. Ich hab ein Glückshäschen gefunden. Oh. Sorry. Sorry. Und der kann das Auto heilen und mich heilen. Und ja, die Viecher, der klebrige Kumpel versucht es mitzunehmen. Aber der soll hier erstmal das Auto heilen. Deswegen nehmen wir den jetzt einfach mal mit. Ich weiß nur nicht, ob der wirklich alles reparieren kann. Und es regnet schon wieder Steine vom Himmel. Also ist das an sich ganz gut, dass wir den dabei haben eigentlich. So. So. Oh, und ich habe Olympium gefunden. Geil. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Safety, first of jeden Fall. Oh. Ups, jetzt habe ich nur sortiert. Alter Schwede, habe ich schon viel. 32. 32. 32 hört sich erstmal gut an. So, dann holen wir uns die nächsten Sachen. Und weiterhin auf der Suche nach Olympium. Weil eine Stoßstange kostet 12. Und hier haben wir... 1. Oh, holy shit. Da war noch ein zweites Glööseschen. Das nehmen wir auch mit. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 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 6. 5. 7. 8. 10. 11. 11. irgendwie sind ein paar sachen kaputt gegangen ich weiß nicht was alles kaputt gegangen ist aber viel zu viel ich will hier einfach nur noch raus wir bleiben jetzt nirgends wo wir halten uns wo an das will ich aber noch mitnehmen alter schwede es ist verdammt dunkel oh Gott heiliger Bambam wir haben rechts die ist zum glück nicht wild dass wir die verloren haben die ist eh voll Schrott gewesen oh Gott ich habe ein paar Jahre her hoffe ich habe auch noch ein paar Gäste Was ist das? Okay. 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 So, wir brauchen noch eine. Oh Gott, wir haben kein Blei mehr. Okay. 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 So, nehmen wir doch mal alles mit, was wir ablegen können. Oh. Oh. Okay. 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 Nur ein bisschen Rohstoffe. Also, Streifen schwarz. Bleibeschichtung. So, ich glaube, ich brauche drei Reifen. Oh. So. So. Mechaniker-Set und zwei Electric-Cat. Und ein Update-Kit. Und Elektrik hier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Und ein Update-Set. Und den kann ich zerstören, zerstören. Und ein Update-Set. So. Wir haben eine Olympium-Tür. Eins, zwei, drei. Dann brauchen wir noch eine. Genau. Nice. Die sieht richtig gut aus. Okay. Okay. So. das können wir jetzt schon mal einsperren. So, was habe ich? Oben sind Olympiumtüren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt ist die Frage, wie mache ich die nächste Tür am... Tür vor allem. Türen habe ich. Es fehlen dann noch Stoßstangen und Platten. Es fehlen dann noch drei Platten. Und eine, zwei Stoßstangen. Okay. Thermalstaubsauger und ein Magnethammer. Oh Gott. Was fehlt denn noch? Sollte ich mal einen Ressourcenritter mitnehmen? Weil damit könnte ich immer auf die Suche gehen nach Olympium. Ja. Nein. 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 Das ist so schön. Olympia Einmal Sprengstoff und ziemlich viel Olympium brauche ich noch, ja, magnetische Stoßstange und ne aufgemotzte Stoßstange, die magnetische kommt nach hinten und die hier kommt nach vorne, und dann rüsten wir uns mit. Oh. 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 Hm. 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 Ah, okay, am Türrahmen erkenne ich das besser. Passender Luck, der müsste nicht passend sein. Nicht passend. Passend. Ey, auch nicht passend. Oh. So. 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 Schneider Sturm, stärkere Explosion. So. 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 Hm. Hm. Ich glaube, ich fahre zu dem hier. Und wir holen uns noch einen... Äh, Ressourcenradar. Okay, dann, here we go again. Vielleicht speichern wir einmal. Okay. 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 Hm, hm. Hm. Oh. So, wir fahren jetzt straight up durch. Und holen uns, äh, mehr Olympium. Durch den Scanner. Nehmen wir den hier noch mit. Okay. 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 There, you see. Okay. Das war's. So, aber den würde ich mitnehmen. Weil die haben auch immer nette Sachen. Wee. Okay. Wow Blöde Häschen So Guck mal, die nehmen wir direkt mit Weil dieses Korallen kann ich Gebrauchen Okay Und dann geht's weiter Very welcome Und dann geht's weiter Ich füte mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und deswegen habe ich mir ein Ressourcenradar geholt Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Genau deswegen, das war das Ziel und die Idee dahinter dass ich jetzt nach und nach, dass ich jetzt nach und nach auf Olympium gehe Und dann die letzte Mission mache, also ich habe eben gerade schon ein, zwei Sachen bauen können Aber mir fehlt halt noch ein bisschen was Gut so heiße ich jetzt sind, ja, so einfach ein, zwei Sachen,租StillJäude und das Okay Oh Gott. Okay, der zeigt mir sogar leere Autos an. Okay, aber warum zeigt er mir... Oh, Olympium zeigt er mir an. Gut. Gut. Ja, ich kann es nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh. So, dann nehme ich das hier noch mit. Und dann reisen wir zurück, würde ich sagen. Wo ist jetzt der blöde Anker da? Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott 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 Gott Oh 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 Gott, oh Oh Gott, oh Oh Gott, Oh 1, 2, 3, 3 Olympiumplatten. Nice. Damit haben wir doch jetzt eigentlich die letzte Rüstung für das Auto. Oh, shoot. Okay. 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 So. Und damit ist das Auto vollständig mit Olympium ausgestattet. Mit Explosions- und Kollisionsschutz. Oh ja. Bei meiner Fahrweise Kollisionsschutz ist ganz wichtig. Ich habe auch genau deswegen, halte ich fest, eine aufgemotzte Stoßstange. Und die bringt folgendes. Fein ausbalanciert und fachmännisch kalibriert verringert die magnetisch gelenkten Kolben hinter dieser Stoßstange wahrscheinlich die Auswirkung eines Aufpralls. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ja. Okay. 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 So, dann sammeln wir das jetzt mal ein. So. Oh Gott, ist das viel. Okay. Das waren sehr viele Ressourcen. Oh Gott, ist das hier viel. Okay, den Befreier können wir gebrauchen. Okay. 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 Oh. Oh. Aufkleberflammen. Das müsste ich mir, oh, die müsste ich mir doch mal angucken. So, haben wir hier was? Ne, der Bär. Schönen Juntag. Was geht? Schönen Juntag. Der Gartenarbeit ist immer nervig. Kann ich vollkommen nachvollziehen. So, bei wie viel Spielzeit sind wir jetzt? Oh, 32 Stunden ist doch ganz nett. So, bevor wir jetzt in die nächste Runde gehen, würde ich jetzt einmal eben eine fixe Pause machen. Und dann starten wir da gleich rein. Also, sehen wir uns gleich wieder. Genau, dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Ja, das wollte ich mir morgen wieder reinziehen. Heute beende ich Pacific Drive und dann morgen wieder ATM. Genau, also, ich gehe mal eben fix Pause machen, beziehungsweise auf Klo und so. Holt euch was zu trinken und dann sehen wir uns gleich wieder. 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 Untertitelung. BR 2018 Was hat er denn gemacht? Also zu viele Entitäten oder unterschiedliche Sachen? Untertitelung. BR 2018 Was hat er denn gemacht? 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 Wow! Was hat er denn gemacht? 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 Okay. Ja. Oh Gott. Jede einzelne Änderung an dem Artikel ist neuen MPD-Tata. MPT. So, und nicht MPD. Ähm. Krass. Aber wie nervig. Schnern, geheimeisen, Und ver substantive die Gretelung in Päriva mit der Kpl 7 rundlein. Die Hölle in Kla Formula unduli, So, dann machen wir doch mal die Mission weiter. So, eben aussteigen. Ja, genau. Und das sorgt halt für Hardcore-Probleme. Und das habe ich auch schon mit den Pipes-Mod und den Filtern gesehen. Muss ja erstmal alle Daten rauslöschen, damit er wirklich jede nimmt, weil sonst nimmt er immer nur genau spezifische Daten. Oh Gott. Oh Gott. Appreciate the olive branch, Ophi But boy, do you have a lot to learn about the paranormal I'd be happy to give you a primer after all this is over Hard pass, I'm far too old for that The car will induce a current along the barricade In the same way you did at crossing the old wall Every connection point needs to be induced within a limited time Electrify the entire barricade And we'll have all the power we need You heard him Flora driver Du bist bei der Barrikade. Kannst du in da und nachdenken? Wir brauchen etwas, um das Land zu geben. Das war's für heute. Okay Okay, ich muss jetzt hier einmal außenrum fahren Dann machen wir das doch mal im Fix Oh oh, zu schnell Oh Gott Was war denn das? Was war denn das? Was war denn das? Was war? Was war denn das? Oh Gott. Hoppala. Ja, ich weiß, dass ich gut aussehe. Okay, Klöcke upped. Oh. Ja. Okay. 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 So, jetzt haben wir einmal Kreislauf gefahren. Okay. 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 oh gott ja kenne ich den habe ich den wollte ich eigentlich in blöcke verarbeiten weil damit du dann damit kannst du dann später mehr anfangen als wenn du das nur in flüssig form hast und Es gab ein Erschieb mit dafür. Nice. Der Flug nach Hause flieht durch ein Portal, während das Auto durch die Luft fliegt. Sauber. Oh, das Ende der Reise. Und was hat er mir denn geschickt? Oh, ein Wackelkopf. Klar nehmen wir den mit. Ja, aber das ist ja eigentlich alles zum Glück relativ easy, ne? Oh, das ist ja eigentlich alles zum Glück. Oh, das ist ja eigentlich alles zum Glück. Oh, das ist ja eigentlich alles zum Glück. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So Und klappt es? No Okay, wir brauchen noch Eins Und 25 Stück Eigentlich müssten wir jetzt noch Eine Runde fahren Und uns 25 Holen So, und das letzte Ziel ist hier Batterien Erschütternde Schneller Sturm C Ich glaube, den hier mache ich als erstes Der hat nämlich keinen schnellen Sturm Und Das ist beides okay Viele Häuser, viele Ressourcen Das sollte ich machen Damit ich noch die letzten Sachen bekomme Ich glaube, die Ressourcen So, dann machen wir hier noch schön das Lager voll. Packen wir uns noch zwei Batteriesets mit ran. Kann man eigentlich immer gebrauchen, ne? Seitliche Batterien. Jo, nehmen wir mit. So, dann gehen wir jetzt auf Ressourcenpfad. So, dann gehen wir mit. So, dann gehen wir mit. Gott, oh Gott, oh Gott. Also, wir brauchen 25 Olympium. Und dann können wir den Motor bauen. Ja, also, dann können wir den Motor bauen. Und safety first, äh, neuen Motor einbauen. Den noch stärkeren. Hm. Oh, ha. Oh, ha. Oh, ha. Hä? Warte, warte. Ja, also. 25 Olympium für den neuen Motor. Und dann sind wir eigentlich top ausgestattet. Äh, für diese Runde. Miao. Wir können natürlich noch unsere Ausrüstung, was wir tragen verbessern, aber ich weiß nicht, ob wir das machen müssen. Weil aktuell wir haben ja keine Probleme irgendwie so richtig. Aber ich frage mich, ob hier für DLC oder Add-on rauskommen könnte. So. Okay. So. So. Schön. Und ich würde jetzt sagen, dass wir eigentlich am besten so viel Olympium mitnehmen, wie es möglich ist, falls irgendein Teil von uns kaputt geht. Dass wir das, oh Gott, schnellstmöglich austauschen können. Das habe ich auch noch nie gehört. So. Verdampftes Benzin. Was gibt es denn hier? Nur Autos und Gecko-Eier. Oh. Ähm. Ja, sollte man sich... Sollte man sich mal angucken. Aber eine Ancient Structure ist jetzt kein, ähm, Dingenskirchen, kein Haus oder sowas. Äh, ich meine nicht Haus, sondern, ähm, keine... Äh, Bastion. Und sonst hol dir den Structure-Kompass, damit kannst du Strukturen suchen. Ähm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott! Ja, da fahren wir jetzt dem Ende entgegen. Schön, dann auf in die nächste Map. Ja, da fahren wir jetzt. Okay. Gott sei Dank. Ich dachte gerade, ich habe keinen Hammer dabei. Das wäre echt katastrophal gewesen. Ja, da fahren wir jetzt. Okay, der Bagger, nicht der Bagger, sondern dieser Stampf ist echt cool. Ich will da was sowieso führen, oder? Okay. 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 Das ist so fast. Ah, zwei Stunden gesucht und dann der Kompass wäre so easy gewesen. Und hi, Damin, let's play. Was geht? Äh, irgendwann mal bestimmt, aber aktuell eher weniger. Aktuell steht halt eher, ähm, Pacific Drive und, äh, später noch oder morgen, äh, wieder Minecraft. Genau, Pacific, äh, hier, Subnautica habe ich aber auch Bock drauf. Ich habe mal den Anfang ein bisschen gespielt. Ähm. Und, ja, viel habe ich nicht gespielt, aber ich habe mir da viele, äh, Let's Plays und Streams zu angeguckt. Also, Bock hätte ich eigentlich. Also, ein sehr guter Vorschlag, definitiv. Das ist ein sehr guter Motiv. Das ist ein sehr guter Motiv. Boah, ich habe jetzt schon genügend dafür. Und hier schon der Nächste. Ja, genau. Also, ich habe den... Gott, oh Gott, oh Gott. Den ersten Teil habe ich keine Ahnung wie lange gespielt. Aber nicht großartig, nicht lange. Ähm. Und den zweiten Teil habe ich noch überhaupt nicht gespielt. Aber... Es ist auf jeden Fall... Ein spannendes Konzept, muss man sagen. Und Bock drauf hätte ich eigentlich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du bist nicht weg. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh Gott. Also Damien. Ah, okay. Ja, dann. Also Damien, let's play. Eins. Oh. Sorry für die falsche Aussprache. Hast du denn die beiden Teile schon gespielt? Ja, das ist ja meistens so, dass die Namen relativ schnell verkämmt sind. Das ist ja meistens so, Alter Schwede. Das ist ja meistens so, ihn nicht zuçaute. Dankeschön für den Follow Ja, das ist eine sehr gute Frage Ich hab's einfach gemacht, weil ich Bock drauf hatte und eh am Zocken bin und ich denke mal das Wichtigste ist einfach sich selbst nicht zu verbiegen und das war's eigentlich aber sonst das Spielen woran man auch Interesse hat wenn man das machen möchte oder Videos gucken, die man angucken möchte also ich würde eher sagen Richtung solange du ein persönliches Interesse da dran hast steht dir da eigentlich nichts im Weg aber ich würde nicht mit der Erwartung rangehen dass das auch am Ende irgendwas wird oder dass du Zuschauer hast oder 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 sondern einfach nur hey ich hab Bock ich mach's und ich hab halt auch Bock an den ähm technischen an der technischen Komponente deswegen hab ich jetzt auch ein zwei PC Setup obwohl ich das hinten und vorne eigentlich nicht brauche aber mich hat die Grafik ein bisschen aufgeregt mit äh Livestream zusammen und deswegen hab ich mir das gekauft zusammengebaut und ein PC gebaut so oh ich hab ich mir das ich hab ich mir das ich hab ich mir das auch ich hab ich mir das In meinem Hauptrechner habe ich eine 3080 und in dem Zweitrechner eine 4060. Jo. Oh Gott. Aber ich... Äh... Denke mal, dass ich Ende des Jahres mir noch eine neue Grafikkarte holen werde. Oder ein neues System. Da bin ich mir aber noch völlig unschlüssig. Jetzt aktuell brauche ich es nicht. Ähm... Aber ich bin jetzt so gesehen an meine persönliche Leistungsgrenze gekommen. Wenn man es so will. Ähm... Der nächste Schritt, den ich mit meiner Hardware machen kann. Ähm... Die 3070 hat einfach mehr Leistung. Als die 4060. Die 4060 ist nur ein... Ähm... Ja, ist irgendwie komisch zu erklären. Aber die ist halt nicht... Ganz so gut wie die... Äh... 4060. Ähm... Ja, alles gut. Ähm... Das hängt wohl zum Teil damit zusammen, wie... Ähm... Ähm... Wie der... Speicherbus von der Grafikkarte angeschlossen ist und wie der Chip getaktet ist. Und leistungstechnisch haut die... Äh... 3070 halt bedeutend mehr raus als die 4060. Außer in spezifischen Situationen mit DLSS 3.5 glaube ich. Aber da bin ich ein bisschen überfragt. Aber ich... Guck mir da auch immer... Wenn ich was kaufe, Videos und so weiter zu an, um einfach... Rauszufinden, was... Was ich überhaupt brauche. Und die... 4060 im Zweitrechner habe ich auch nur... Ähm... Weil die... A-Wi... 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 A-Wi-One... Kodieren kann. Und dadurch einfach... Viel, viel... Besser... Der... Stream zum Beispiel aufgezeichnet werden kann. Und ja. Our M bothneros... Und wir... 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 Besserung. Wir... .. Wir... 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 аться... Oh, ja. Das finde ich auch sehr lustig. Kennst du schon den Wirbelsturm in Pacific Drive? Okay, dann zeige ich dir den. Ich nehme ganz stark an, das ist einfach nur ein Bug. Aber du kannst ja den Vargas Autosauger und wenn du den aktivierst, werden ja deine ganzen Materialien hier eingesammelt und hier drin gespeichert. So. Wenn du jetzt aber den aktivierst und dich hier in die Mitte reinstellst, passiert das. Bis zum nächsten Mal. Jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, also was ich auf jeden Fall sagen kann ist, es macht sehr Laune. Und was ich auch cool finde ist, dadurch dass du deine Touren halt planen kannst, wie hier jetzt zum Beispiel, kann ich einfach sagen, ich will nur hierher fahren oder hierhin fahren oder wo auch immer. Kannst du auch nur mal eben kurz eine Stunde spielen und das war's. Also das, das finde ich auch sehr cool. Okay. 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 genau. Also das ist das schlimmste Spiel bei mir. Skyrim und The Witcher und Fallout 4. Aber davon rausgenommen musst du halt sehen dass ich zum Beispiel Moment Alter Minecraft Account Trailmaker Was ist denn Trailmaker? Ah okay also du kannst Rennstrecken für Lego Autos bauen cool so wie kann man side of one ah das ist ja das ist We might have to hang behind these lights on the highway. Ich will mal gucken wie... Ich meld mich grad mal bei Minecraft an. Oh. Schade, man sieht es hier nicht wie alt der Account ist. Aber ich glaube ich habe Minecraft in der Beta Phase gekauft. Okay, das hört sich lustig an. Aber ich glaube das ist nicht so meins. Das ist ein Lieblings! Ich spüre es! Ich spüre es! Ich spüre es! Untertitelung des ZDF, 2020 So Aber ich habe natürlich noch zig andere Spiele, die ich übelst lange Ah, okay Das ist cool Dass das eher so gemacht wird Ähm Was ich halt noch sagen wollte war Ich habe sehr viele Spiele Wo ich mehr als 100 Stunden drauf habe Und Ähm Ich habe auch noch eine Playstation Ich habe den Epic Launcher Ubisoft Launcher Moment, ich glaube mit GOG Galaxy Kann man auch noch ein bisschen was sehen Ich habe mich noch Aber ich habe mich noch was ich Oh Gott. So, wie war das nochmal? Äh, ne, Forza habe ich noch nie gespielt. Das liegt aber eher daran, dass ich Autorennspiele nicht so gern mag. So, wie war das? Ja, über GOG funktioniert das nicht richtig. Okay. Ja, aber wie gesagt, Autorennspiele sind überhaupt nicht meins. Okay. Okay. Ne, ne, alles gut. Also, ähm, ja. So. 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 Okay. Okay. Mit ewiger Stabilität. Oh, das Licht war die ganze Zeit an deswegen. Oh, nice. Nice. Der Motor hat Geschwindigkeit drauf. Schön. Was für Erschiefmanns gibt es eigentlich noch? So. Mir fehlen noch. Lade ein Auto. Okay. Okay. Knotenpunkt. Ohne Parkverbot. Ohne Parkverbot. Ohne Parkverbot. Ohne Parkverbot. So. So. Ich ne Spieleempfehlung. Ähm. Dann musst du mir vorher einmal verraten, in welche Richtung du gehen möchtest. Ja. Hahaha. Sonst, ähm, ich würde sonst Stardew Valley empfehlen, aber nicht aktuell. Weil da kommt halt das 1.6 Update raus und, äh, da würde ich da drauf eher warten. Sonst, ähm, Corel Island war cool. Das sind jetzt so Harvest Moon Spiele. Also so Farming Spiele. Das, das ist auch sehr cool. Da kommen aber auch immer alle naselang noch Updates raus. Ähm. Da du Subnautica erwähnt hast, vielleicht Raft mit ein paar Mods dabei. Das ist ganz cool. Besonders, äh, die Mods, die es mittlerweile gibt. Äh, die erleichtern einem da echt das Leben. Ähm. Sonst natürlich, äh, Minecraft und dann ein Mod Pack. Pacific Drive macht auch sehr viel Spaß. Ähm. Graveyard Keeper hat auch richtig Laune gemacht. Occupy Mars, das kenne ich noch nicht. Ja. Ja. In der Woche. Ja. 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 Was gibt es noch für Empfehlungen? Sonst natürlich Wollenspieltechnisch Gothic 1 2 und die Nacht der Raben Die Witcher Serie war sehr gut Dragon Age kann ich auf jeden Fall empfehlen die drei Spiele Die Mass Effect Reihe 1 bis 3 Ne, das kenne ich nicht Okay, ja, ne Deswegen kenne ich das nicht Ja, sonst Ja, alle möglichen Survival-Spiele sind ganz cool Seven Days to Die Walheim Das wäre, glaube ich, was für meinen Arbeitskollegen Der hat einen Racing Chair Hat sich dann Drei Curved-Monitore vorne ran gebaut mit 32 Zoll Und spielt dann in seinem Chair Autorennspiele Das ist Das ist Das war's. Ja, auf jeden. Also das, das würde ich dann auch wirklich mal ausprobieren wollen. Ähm. Aber das kostet ein Schweinegeld. Also, der Kollege hat jetzt... ...knappe 4.000 Euro, glaube ich, für das ganze Setup ausgegeben. Und das ist mir ein bisschen too much. Oh Gott. 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 Ähm, also SnowRunner kenne ich. Oh Gott. Also das Prinzip dahinter finde ich ganz lustig. Brauche ich Benzin? Nee. Willkommen zurück. This is Episode 4 of Frequency File. In lieu of no one having a personal account of Ophelia Turner, we turn to more facts in the periphery. In this episode, I dig into ARDA, the government agency behind the research and development of limb technology, as well as the stamp facts of limb technology itself. Bear with me as we depart the shores of known connected facts and slingshot from one theory to another. By now, you're probably starting to gather what the problem was with the very concept of limb... Tronic. Tronic. Da habe ich dich. Also mit 112 Stunden kann ich sagen, da bin ich schon gut dabei. Mir fehlt jetzt nur noch hier das letzte Achievement, ordentlich Terra Tokens zu bekommen. Technologie. Und worauf ich warte ist das, ähm... ...finale Update von Status Factory. Da habe ich, ähm... ...ah, wie heißt das gleich noch? Äh... ...ordentlich Zeit reingebuttert, aber... ...ähm... ...zu Update 3. Und... ...da würde ich gerne... ...wirklich so dieses neue Erlebnis haben. Deswegen warte ich jetzt noch, bis die... ...finale Version rauskommt. Nichts, nichts Proven. Ja, da habe ich Bock drauf. Damien? Ich weiß nicht, was... Also ich habe bis jetzt im Stream nur Minecraft und Pacific Drive und Pole World gespielt. Also noch nicht so viele Spiele. Und ich stream erst seit dem 1.1. dieses Jahres. Und Tronic, ja... Äh... Ich liebe solche Spiele, wo du einfach nur das bauen kannst und so, wie du Bock hast. Multiplayer stelle ich mir aber bei dem Spiel halt auch richtig geil vor. Und da kann ich es auch verstehen, dass man drauf wartet. Ah, ja, hast recht. Das habe ich ja schon völlig vergessen. Und No Man's Sky haben wir auch eine Runde gespielt. Die 12. Die 12. Die 12. Expedition Omega. Dankeschön, das freut mich. So, und ich glaube, Pacific Drive beenden wir heute. So, wenn du alle Begrüßt hast, nicht zu. Begrüßt mit dir zu diesem Punkt zusammen mit dir. Gott, Gott, Gott. Das macht mich wie mein alten Selbst wieder. Es ist... Es war ein Ehre, zu sehen, dass du arbeiten, Dr. Turner. Diese Gamma-Rieden, sind sie reale? Ich kann sogar nicht begrenzt, was so viel Radiation diese Beide verrückt. Oh, yeah. Das sieht hier aus wie auf dem Weg oder das Tor zur Hölle. Oh, Gott. Gegen die Tür gefahren. So, auf in die Hölle. Oh, Gott. 2K in Cone. Äh... WTF? Was zur Hölle ist das hier? Ähm... The Forest, ja, habe ich auch komplett durch beide Teile. Und dann gewartet. Ja, aber das, das könnte man sich auch nochmal angucken. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, Gott. Micoe. Oh, Berlin. Gosh. Is it that time already? So, uh, about leaving Order. I was thinking, oh, about my Christmas. Yes, maybe. I just need to solve this instability issue. I love to think about leaving the Olympic Peninsula like this. Ah, there's always water, too. I know. I'm sorry. And I love you for it. I'm just wondering if you'll freely be able to walk away from all this. It's okay if you can't. You abandoned the world to work here beside me. Fair is fair. Len Tech is a world-changing discovery. Your world-changing discovery. Fairness isn't even a consideration. We agreed to have children. And I'm not having them in this hellhole. Good. Because I'd love to have eight. Then I hope you're ready to carry at least half of those yourself. I love you. I love you. I love you. WTS ist das abgefuckt. So, mal G-Vollversion, der jetzt draußen ist. Hä? Also ja, die Vollversion ist jetzt draußen von Sons of the Forest. Und da haben die echt viel hinzugefügt. Also das... Auch interessant. Why aren't you packed? I ain't going. The evacuation orders... The evacuation orders can go to hell. We leave and we never see the inside of these walls again. All the things we've been investigating. The ripple, the echoes from the swamp, they'll all fade away. I'm gonna stay and chase down these stories. Wherever they take me. Till then, stay here. With me. Ooh. Okay. You hear to quote? I'm here to deliver the committee's decision. You have been found guilty of doctoring experimental data. This action is in clear violation of artist scientific integrity. Judgment has been rendered. You may stay in work, but your clearance will be lowered to level three. So I'm to be a glorified flash cleaner. Take it as a win. You could have been court-martialed instead. Yeah. I'm sure you would have liked that much better. What I like has no bearing on this decision. See you on Monday, Dr. Cook. Ja, das frage ich mich halt auch die ganze Zeit. Also, dass es von Anfang an des Spieles, wirst du nur über Funk erreicht. Und ja, mehr weiß man nicht. Nur, dass Tobias und Francis zusammen waren und Obi die ganze Zeit alleine. Und Obi gehört die Werkstatt, wo wir immer waren. Aber sonst habe ich die noch nie gesehen. Das könnte jetzt auch alles nur von ADA computergenerierte Sachen sein. Und wir unterhalten uns die ganze Zeit mit KIs oder Gefangenen im System, weil... Ja. Das war's. Oh, oh, oh. Also, Zelda an sich, ja. Aber die beiden Spiele sind nichts für mich. Also, ich kann es nicht genau sagen, aber die haben mich nicht gekriegt. Das war für mich persönlich beide Spiele eine Enttäuschung. Ich habe die gespielt auf der Switch und ich habe einen gefühlten Kotzanfall bekommen. Nicht nur wegen der Grafik, sondern auch, dass ich zwischenzeitlich nur 14 FPS und, und, und hatte. Also irgendwie die Gesamtkombination. Und sonst liebe ich Zelda. Ich glaube, ich habe komplett alle Zelda-Teile gespielt. Außer Twilight Princess, glaube ich. Und sonst alle. Ja, ich habe keine Playstation, äh, ich habe keine Switch mehr. Weil ich mit der, lass mich lügen, ein Jahr nicht gespielt habe. Ja, Pokémon hat mich eh verloren, als das rüberging auf die Switch. Aber, warte mal eben. Und, ich kann dir dazu was zeigen, wie sehr ich Zelda mag. So. Sieht man das? Ja. So sehr mag ich Zelda. Ja, genau. Und das verstehe ich halt hinten vorne nicht. Leider mit der Switch. Also die, die, vielleicht hole ich mir die Switch 2 wieder. Und am Ende habe ich halt nur noch die Switch mitgenommen zu meinem Neffen und habe mit denen zusammen Mario Kart gespielt. Also wir sind jetzt, oh Gott, förmlich in der Hölle. Es fliegen Kometen vom Himmel. Also. Geiler. Ach, wie sagt man das? Ein geileres Gefühl rüberzubringen, dass man sich dem Ende nähert. Das hatte ich lange nicht mehr. Aber es ist richtig geil. Geil. Oh Gott. So. Und auf geht's. Oh Gott. Auf geht's in die Hölle. Ist das geil. Ah, am Ende der Reise. Keine Ahnung, aber jetzt haben wir es durchgespielt. Du hast es zurückgekommen. All in one piece, es sieht aus. No sign of the Remnant's energy signature anywhere in that car. You're free But the car's maintained its link to you Fascinating You'll never know how far the Remnant's obsession's wormed into your head But you should be safe from it getting any worse In theory Bobby, I'm sorry You didn't get to talk to Alan again We managed to pull off the near impossible And the first thing you do is apologize Sorry, I mean... Don't worry, it was Tobias' fault He hogged the frequency all for himself yet again You heard him too I did That means I didn't imagine that last conversation with Alan And you know what else? What? That your theory was right And Tobias called it All that bluster and he ended up showing us scientists a thing or two Those moments we heard, they were all from the past Being inside that well somehow allowed the Remnant to access those Imprints and replay them But Tobias' voice wasn't from the past It was from somewhere else entirely But where and how? No clue Do me a favor Once you figure it out Don't bother telling me I'm leaving the zone I'm sorry, what? Alan came to tell me goodbye And that I was forgiven 37 years ago I didn't listen So now, finally, I'm going to take his advice I should have left the zone a long time ago But if we solve this Maybe there's a way to speak to him again I heard what I needed to hear It only took me 37 years to listen Anyway, all that sounds like a young scientist game It's not for me anymore Francis, you decide what to do from here You can carry the torch and continue the research Or get out of this cursed place and find your own way It's your decision And Driver, you're free now You can do what you want from here But if you'll allow an old woman one last hope Stay here with Francis There's so many more stories for the zone to tell And the both of you are young enough to listen My ears are bad And I refuse to hear them I've removed all access restrictions to my systems, Francis The helm is yours Wait, I... I don't know if I can do this alone You're not alone You've got clear eyes Ears open to the impossible And the Driver Dr. Cook Driver It's been a pleasure This is Dr. Ophelia Turner Signing off Obby? Obby! Really? Well, I, um... Driver, if you don't mind sticking around with me Ophelia Ophelia was right There's still so much of the zone that we still don't know about But with your help We can tell those stories I'm no Ophelia But I'll do the best I can You're no longer bound to the car But it's stayed with you And will continue to protect you as you travel the zone Go on then As long as you're willing to drive I'm along for the ride So, und damit haben wir Pacific Drive durchgespielt Ein Spiel von Ironwood Studios Also das war richtig cool und erfrischend War was anderes als sonst Und... Ja Also ich fand's richtig, richtig cool Und mal gucken, was uns noch erwartet Ob man noch irgendwas machen kann So Äh, ja Den Anfang vom Spiel hab ich auch nicht verstanden Das war ja wirklich einfach nur Äh Ja, fahr da lang Oh, wir haben einen Unfall Oh, guck mal, da ist ein Auto Geh da rein Oh, jetzt ist das Auto an dich gebunden Und du musst irgendwie gucken, wie du das los wirst Ja So, ich hatte irgendwo gelesen, dass es noch einen besseren Motor gibt So Pacific Drive Motor Es war es To Und Um I Like Ich 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 So, und von den Serien heutzutage ähm ich gucke kaum noch welche weil ähm keine Ahnung ist nicht so meins was ist das eigentlich ähm also ich spiele eher Spiele und gucke nebenbei YouTube oder sowas oder gucke allgemein eher YouTube als mir Serien anzugucken auf dem die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Amen. Amen. Hallo, Freunde. Nee. Hilfe. Hilfe. Was geht? Minecraft braucht ein bisschen. Und komische Leute sind im Internet unterwegs. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ja, aber... Da wird ein Pausestümpel schon angezeigt. Hey. Wie kacke. Aber erst mal weggebannt. Kann ich den irgendwie noch... Jetzt kommen und smashe das... Kann ich den... Kann ich den melden? Ja. Spam, Scam, Bot, weiter. Spam, weiter. Ja. Ja. Want to sell videos for OF. So. Dann ist der jetzt weg. Hä? 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 Videosettings, shaderpacks. Äh... Welchen nehme ich jetzt? Unbound war das, ne? So. Crash das Game jetzt. Okay, cool. So. Okay, cool. Ja. 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 Okay. Also. Freunde, habt ihr irgendwelche Einschätzungen, wie voll der Storage ist nach einer Woche nicht spielen? Ich nehme Wetten an. Oh. 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 Äh... Sollte das nicht... Oh. Und dann import in DIM Chess 2. Hä? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott. Ich hab hier Chaos angerichtet. Tü-tü-tü. Und hier ist auch nix voll. Interessant. Fünf Holz. Okay. Und ganz viel. Also, da die hier nichts davon voll ist, hier auch nix drin ist und das System auch nicht verstopft ist, außer die knapp 300, äh, 3600 Millionen, äh, 1000 Bienen. Ist das ein bisschen über. So. Also, 1,8 Millionen Honig. 430, äh, 470.000. Life Essence, Fuel, 88.000, Crude Oil, 63.000, oh, und Chorus nur 2800. Okay. Dann gucken wir jetzt in die Disc Drive rein. Oh, das geht sogar. Mit 103 Millionen. Das ist ja sogar in Ordnung. Wir haben ein bisschen viel Stahl. Ähm. Das ist ja sogar in Ordnung. Hier sind's fully Stahl. Uhm? Es ist ja sogar in Ordnung. Ja. Jetzt wucke mich nicht aus. Scheiße. Habe ich den nicht gemacht? Ich habe... Hatte ich das nicht? Ich habe das nicht gemacht. Äh... Trollegg? Ähm... Ist das Rezept kaputt? Trollegg? 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 Funktioniert das Rezept bei dir? Vielen Dank. Komisch, weil hier habe ich ja einen Infinity Storage. Ich habe ja einen Infinity Storage. Iron Furnace. Dann machen wir doch mal eben das Upgrade auf das hier. Oh. Mega Importer. Oh, yeah. Oh. 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 Ja, den könnten wir, also den nächsten Ofen können wir auf jeden Fall bauen. Ja, dann ist es kaputt. Schade. Schade, schade, schade. 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 Vielen Dank. Ja, ich weiß. Siehe hier. Ich versuche gerade einen neuen Importer zu bauen. Okay, das ist krass. Und blöd. Höchstig Botany? In your... I'll find Pixie Spawn Egg? Okay. Okay. Eins zum Beispiel über eine Schäst. Sofocated Star... A. Sofocated Star... Okay. ist natürlich die frage wie viel der outputten kann Iron Furnace klauen wir den erst mal so ok ich glaube ich fliege mal ins End und suche mal ein bisschen Unobium und 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 Redlands und hier sind Highlands. Okay. Sind hier in die Richtung noch mehr Highlands, Barons und Highlands. Hm. Ja, oder ich planiere da jetzt einfach rüber mit, ähm... Ob ja, ist der Kram gleich noch. Mit dem RF-Tool. Hm. Hm. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, die Bienen habe ich noch nicht. Also die für Unobium. Okay. Oh. Oh. Okay. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So, am welchen Ende fängt er denn an? Hier? Oh Gott. 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 nicht mehr lange. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, mach mal. Test. Wieso krieg ich jetzt die Icons nicht mehr angezeigt? Ah, ich hab Push to Talk an. Uh, select Microphone. Posts are streaming. Select Speaker. Game. Okay. Hello. Hello. Hmm. 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 eh weggedrückt oder so. Oder nicht vergeben. Ah. Verdammt. Der Importer ist fertig. Der Importer ist fertig. Der Importer ist fertig. So, dann machen wir das hier ordentlich, damit hier auch ein vernünftiges Loch drin ist. Super. 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 So, den Mega brauchen wir eben. Ups. Ja, so. Oh, gucke mal. Was sehen meine trüben Augen? Unnobien. Unnobien. Was geht mit dir ab? Du siehst cool aus. Was bist du? Enteiseln und Endermalm. Sind die nervig? Hey. Ja, dachte ich mir auch gerade. Warte. Ah, no. Oh, eh. Hello? Oh, eh. Äh, warte mal eben. Routing. Hm. So. Ich hör dich nicht. Daran hab ich ja gar nicht gedacht. Oh, äh, ey, Momento. Huhu. Hören Sie mich jetzt? Ja. Ja. Ja, sonst ist eigentlich alles ganz gut. Und selbst? Auch alles gut. Super. Die sind hier nur alle ziemlich hart am Nerven. Und wie weit seid ihr mit dem, äh, ATMs? Was ist da? Hm, dauert zwar noch ein bisschen, äh, ansonsten. Okay. Oh, cool. Komm langsam voran. Was für Sachen fehlen euch noch? Hallo. Hi. Wie geht's? Wie steht's? Ja, soweit ganz gut. Und wie geht's denn, Bienen? Die sind ein bisschen am Durchdrehen, haben aber das System nicht verstopft. Hast gerade ein paar Bienen bekommen. Oh. Brauchst du noch irgendwelche Bienen? Cool, dankeschön. Äh, nee, aktuell nicht. Ich hätte sonst noch... ...4000 Obsidianbienen im Angebot, wenn... ...Bedarf besteht. Ich habe mir davon... ...zwei Stück geliehen. Äh, ja. Hast du dir die mit, ähm... ...Very High geholt? Ja. Super. Dann passt das ja. Nee, ich hatte mir die nur geblieben, weil ich mir deinen... ...Konstruktor angeschaut hab, wie du die passt, um die... ...genindex-Dinger da hinzustellen. Dann hätten wir davon bleiben, wenn du nicht mehr in die ganze Zeit hast. Ja, also... ...dat ist ja zum Glück nichts, was... ...schadet. Und dann bin ich mal ein bisschen bei dir umgeguckt, wie du das alles machst. Joa. Ja, ich hab viel mit Rednet gearbeitet. Oder, nee, mit Xnet. So. Kalorie, Bienen sind auch... ...dass läuft. Ja, ja, so ist das. Immer fleißig abbauen. Joa. Du kannst dir mal den Fortschritt von mir mal anschauen. Ja, das können wir eigentlich gerne mal machen. Du wirst gleich, äh, sagen, dass wir übertragen. Ja, mal gucken. Ja, warte. Was hast du denn da? Wo bist du denn jetzt, Tronik? Komm mit durch. Ja, ich... Bei mir ist nix. Moment. Normal. Nicht jedem wird das angezeigt, Tronik. Nur uns ist das gegenseitig angezeigt. Oder? Doch. Nee, ich hatte Shader an, deswegen hab ich das nicht gesehen. Ja, gut. Sobald er offen ist, durchgehen. Okay. Kann nämlich wieder gehen. Bombenbend. Irgendjemand hat was eingesammelt von mir Bestimmte Däger Wahrscheinlich Ein sleeping bag Ja Ups, sorry Damit der scheiß Regen aufhört Okay, ein bisschen Twilight Forest aufgebaut Sorting Wood Okay Oh ja Ja Wir gehen in die Richtung Stern Hast du schon die Patrick Biene? Ja Okay, ich hab mich auch zweifel Nur die essen an ATM Stars Die essen an ATM Stars? Also die brauchen als Ernährung ATM Stars Also neun Stück Dann sind sie schon mal nicht gut Ja, vielleicht für später dann Wenn man Ein paar mehr gebaut hat Ja, ich hab die aber noch nicht verbessert Ist das da TNT oben? Einmal draufschießen Das sieht von hier aus so aus Ah, ne Das sind Dash-Ingots Okay Genau Oh Gott Was ist los? Die, die Leafs sind bei mir sehr trippy Ja, die bewegen sich nicht nur bei dir Okay Nicht einfach hochgucken Das könnte ja irgendwann epileptische Anfälle auslösen Oder irgendwie Oh Gott Hypnose Jetzt machen die auch noch Musik Ja, okay Jetzt wird's richtig trippy Geil Oh, und ne Mauer hat er gebaut Hä? Das ist sein Weg Oh Okay, ja Weg Die Mauer steht da hinten Warte, wenn du zu meinem Haus drüber guckst Da seh ich ne Mauer Oh Nice Er macht den Twilight Force den Endboss nah Weißes Gebäude Oh Oh Cool Tronik, wieso hast du nicht unten angefangen? Habe ich ja eigentlich Wieso ist denn hier kein Glas drin? Bleib doch offen Aber ich noch nicht Der hat es ja noch nie gesehen, ne? Ne, ich hatte immer nur oben gesehen Oh, was Was jetzt Spawner Ah Weil Villager, die geben doch mehr Okay, bei mir wird das System einfach mit Dingestens geladen Aber wenn du mit dem Schwert hin zu haust, dann ist der Hochzug voll Okay Ja, ich hab jetzt übrigens 400.000 Life Assents Ja, hab ich schon gesehen Was wollen wir denn mit so viel? Das, es gibt Bienen dafür Das ist ein bisschen schwieriger reinzukommen Ich hab ein Ranger Ring, ich kann ihn ja anders Oh, Raketen Du hast ihn gerade sehr stark vorgeführt, Deathcob Wieso? Er kommt nicht, weil er nicht durch seine Tür kommt Achso, ja, ich hab bei mir auch die Power von dem Teil auf 40 runtergestellt Und ich hab einfach ein Ranger Ring Joa, das geht natürlich auch Level hab ich genug, deswegen, also Nicht ganz so schlimm Wieso bist du nicht durch das Loch hier geflohen? Einmal durchgebaut die Raketen Joa Ja, und sonst ein Kryo für holen Ach, das sind Glasscheiben Ach Gott Ja So Ah, und hier oben hast du Botania Genau Geil Jetzt sind wir im Endeffekt auch schon durch Hast du das Ding hier pausiert? Das ist ja Ja, und da die Blumen, da die Mana ja voll ist, siehst du ja selber, passiert nichts mehr Die ist alles über, über das System mit angeschlossen Oh Gott Wie viele Paddles hast du denn hier für aufgebraucht? Das ist doch nichts, guck doch mal, die Botania macht doch hier weiter Ach du, okay, ja 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 Dann geht's ja um das Doppinenfeld noch, ne? Ja Ja Geh du da hin Was sind das eigentlich für coole Portale? Kriegst du durch ne Quest Ah Ja, auch nicht immer Ihr seid super generiert Ja, du hast es bekommen und ich habe es bekommen, also wird es ne Feste sein Gott Das hier ist genauso trippy Warte Nein, hör auf Oh mein Gott Warum denn? Weil er sie nicht bekommen hat, den hat er geschenkt gekriegt Als Quest Ähm Ich kann die Leier nicht ausschalten Ich kann die Leier nicht ausschalten Ich kann die Leier nicht ausschalten Gott Den hat er geschenkt bekommen und ich habe noch einen davon Ja, Toni, was kannst du denn zu deiner Feldfarmen sagen? Ja, was soll ich dazu sagen? Der Ding wächst wie Rülle Oh Oh Da ist schon einer drinnen, okay Ähm Ja, der ist alles komplett Der ist komplett der Spawner Pff Ist ja Ist ja bald Ostern, ne? Mhm Ja, das Feld ist im Endeffekt Komplett mit Ja Mit den Blöcken, 60 Blöcken nach unten noch Die komischen Dinger da Ja, und diese Escaleration Genau Teile, ja Und das ist euer Bienenhaus Hm Und das ist am Wachsen Mhm Kommen sie rein in die gute Stube Ist zwar noch nicht komplett fertig, aber Wir haben ja erst angefangen damit Ja Ich habe die Dinger noch nicht oben drauf gesetzt Weil sich so ein Zombie-Biene einnisten Ja, da musst du nur eine Lampe aufbauen Hier ist es hell genug für uns Achso Wofür braucht ihr denn so viel euer Modium? Hast du dir mal den Star angeschaut? Ach ja Ja Weißt du jetzt, warum wir so viel brauchen? Ja, warte Ja, warte Äh Gena Ich brauche 28 Blöcke Mix-Blöcke Vielleicht könnt ihr das ja noch gebrauchen Ja Die Zertronic Das eingesammelt Oh Er läuft gleich weg Ja, und guck mal, das ist mal so 7,7 jetzt Und wenn du hier hoch gehst, haben wir auch das für die Rüstung, die du anpasst Ja Haben wir, haben wir aber Ihr habt schon Very High? Äh, zumindest in dem Bot da hier vorne drunter Ah, okay Der, der macht ja auch das Ja, ja, weil eure Bienen halt noch High waren Ja, die da drin sind Ah, okay Äh, kann man die einfach ändern? Äh, du musst, äh, denen dann das Zeug wieder füttern Wie füttern? Also diesen Treat Und dann, werden die auf Very High Ja, guck mal hier vorne in die Kisten Ja, das ist süß, das ist nur das, was erwachsen wird Joa, da ein bisschen was, ne? Ein bisschen vorbereitet Geil Geil Da bin ich ja mittlerweile harmlos Bös Mit den Bienen Ach so, ja Du machst ja von jeder Sorte, du sattest immer nur zwei, ne? Ja, genau Weil so viel brauchen wir ja am Ende Nicht Ja, bis auf den Vom Star, Olmodium Bibanium Und Octanium Das sind wichtigste Leute am Ende Ja, um alles herzustellen, ne? Ja Ja Ja, ich hol mir jetzt grad Unobium Und dann Wozu? Äh, damit ich die auch anzüchten kann Passt doch jetzt Ja, ja, aber ich muss die ja auch irgendwie füttern Welche? Die Unobium Bienen Also ich hab jetzt welches und dann Welche sind denn die Unobium? Unoptanium Ach, Unoptanium, okay Also Zuschauer, das wird Ich Mag dieses Trippy Kram nicht Doch, ich glaub ich hab mittlerweile, okay Äh, warte mal Unoptan Ich hab ihm mal ein Stack Blöcke gegeben Äh, ja, 707.000 Essenzen 210.000 Nuggets Und 1.300 Blöcke Ach Gott Und ich hab noch zwei Unoptanium Seeds übrig Ja, das sollte reichen Das wächst ja da drüben auf dem Feld auch Habt ihr denn schon mal geguckt, wie viele Blöcke man am Ende braucht? Für was? Für den ATM Star Ähm, 28 Plus 2 Ähm Ich hab nur die grad selber gucken So Du brauchst 28 Unoptanium, Ordemodium Blöcke Plus 2 Unoptanium, Vibranium, Awakening Dinger Ah, okay, ja Und dafür brauchst du Unoptanium Blöcke und Vibranium Blöcke Ja, schon mal ein bisschen was, ne? Mhm Und deswegen Deswegen ist die andere Seite genauso ausgestattet Wir werden das so viel machen Ja Ja, das Wichtigste ist jetzt noch, dass, äh Achso, du wolltest ihm doch noch was vorschlagen Oder, was ich dir gesagt habe, zumindest Ich dachte, das hast du ihm schon gesagt Nee, hab ich noch nicht Ich dachte, das hast du ihm schon längst gesagt Nein Nein Dafür bist du zuständig Du bist Owner, nicht ich Dann müssen wir doch sogar noch festhalten Du möchtest die Infinity Disc haben, ne? Äh, ja Ich bin der einer der Glücklichen, der eine hat Ähm, ne, ich muss mal kurz bei extra Wenn du mir 3 von den 100 100 1000 Ne, 1 100 48 Millionen Storage Parts Gibt Können wir dir das einmal kurz eintauschen ja, ok, dann dauert es jetzt leider eine halbe Stunde warte mal dazu kommt dann noch zwei gold im club wir machen das einmal richtig zwei gold im provider prozessoren ein advanced prozessor drei quarts und zwei glas ist dann bin ich den krafta in dem fall muss auch extra weil wenn du dann auf die empfindet die dann kannst du den advanced storage das housing sehen wie man es herstellt so und dann gibst du mir die drei normalen also die 1048 millionen storage und ich brauche dir das in meinem körper in einem augen und kriegt und spuckt dann so eine infinity disk raus das müssen wir aber einmal kurz testen weil ich nicht weiß ob ich die aus dem aus dem einfach so aus dem geräte vernehmen kann wenn sie nämlich nicht mehr kraftbar ist weiß ich nicht ob die dann noch funktioniert die sollten eigentlich funktionieren ich glaube nur das rezept wurde in kuba j's überschrieben also das kriegen wir hin es dauert nur ein bisschen mit dem kraft doch der läuft gerade hast du schon das infinity pattern das infinity pattern ja das quälte feier des universe quid und das wäre ganz nett wenn er wendet wenn du deinen stone mal umsteigen könntest wer von uns welches stone ist das meiner nein bei dir deinen ok ja guck mal hier das ist jetzt weil es mit was da drin ist das frisst jetzt gerade sehr viel strom das kannst du dir gleich rausnehmen dann kannst du meinen system mal kurz gehen und dann einmal bei dem großen was du hast einmal auf du klicken dann siehst du das rezept dafür dann kannst du es einmal bei mir durch kraften aber ich brauche dafür ja das relativ weil das kraften wird genau was du eingesammelt hast das ist im system gelandet warte das landet doch alles im system weißt du doch oh cool und dann kannst du einmal kurz an meinem system gehen weil sonst du kannst ja mit deinem pattern nicht arbeiten oh mein gott ja ausreichend ich hab sogar ein gäste pattern da oben ja da kann man auch in mein system zugreifen was ist das oh kaputt gemacht ich hab auf crafting umgestellt und dann hat es keine verbindung mehr ja du kannst ja hier ans terminal gehen ja jetzt läuft jetzt habe ich keine verbindung mehr ok aber jetzt hast du ja so ein kreativverhältnis ja genau cool und du brauchst keinen strom mehr das sind ach so ja das ist eh wireless charging an ja gut aber da sparst du schon mal strom weil ich hab irgendwie stromprobleme ja jetzt bin ich der arme schlucker im game auf jeden fall ich weiß gar nicht wie viel ich aktuell habe ja so viel habe ich in meiner batterie auf ungefähr ich stelle gerade mal den spawner um hättest du eventuell mit behutsamkeit also mit links abbauen sollen dann hättest du nicht umbenennen müssen oh ja hast recht dann wäre er auch noch geblieben dann hätte alle die dazu zugriff schon hatten also ich hab nur 20 billion keine ahnung wie das umgerechnet ist und so ich habe ich mich auf jeden fall hier ich bin hier kann ich ich bin ich bin Was passiert eigentlich, wenn ich das mache? Warum? Hm. Die haben ja hier die Ultimate Induction, oder? Ah, okay. Oh, da läuft das falsch. Okay, gut. Also hier in der Base sehe ich mich manchmal selber nicht mehr durch. In welcher Base? Bei dir. Wieso bei mir? Kann ich mich laufen verlaufen? Ach. Du musst einfach nur sagen, der Gang mit den Fackeln und dann weißt du, wo du hin musst. Hier dann. Das sind überall Fackeln. Ja, ja. Äh, wo ist, wo ist denn die andere Produktion? Welche? Ja, die neue, die du gestern gemacht hast. Hier? Im Moment, wie hier? Nee, 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 nee. Ach, die warst du, die hier. Da, dahinten. Oh. Die Antimaterie Pellis. Oh Gott. Ist laut. Da hör ich grad. Oh nur ein bisschen. Die Antimaterie Pellis, die brauchen wir ja auch für den Star. Da muss es auch noch eine bessere Lösung geben. Also, wir brauchen auf jeden Fall mehr. Von allem. Da kannst du ja die zwei anfassen. Dann hast du schon mal den Erfolg. Du bist ja im Quest. Dann kannst du ja die zwei anfassen. Wenn der jetzt da kommt, muss der auch noch da hin. Hier muss mehr Strom reingepumpen, wenn damit schneller geht. Welche Leitungen gehen durch? Also ich würde mit Points arbeiten. Also mit Flax, meinst du? Ja genau. Weil die haben eine Unlimit Übertragung. Ja, das bringt halt nichts mehr mit meiner Batterie. Also die 102,4 Millionen FE rausgepumpt werden. Also ich sehe ja ein, dass mein Kabel nur ca. 327 Millionen FE Projektsprecher leitet. Naja, aber du könntest dann deine Batterie vergrößern und da noch, keine Ahnung, 14 Provider heransetzen. Und dann kannst du mit 1,4 Milliarden übertragen. Ja und dann ist meine Batterie in 5 Sekunden leer. Ja. Weil ich nur 3 Millionen Input habe. Ich habe ja noch das Input Problem. Aber das wird ja auch mit den Providern. Oder nicht? Ja doch. Ja, aber wenn der Reaktor nur 3 Millionen macht, dann bringt, wenn so viel Energie rauskommt, ziehen auch nichts. Ja. Ja. Der läuft auf Maximum. Ich probiere hier gerade. Dann musst du einen Fusionsreaktor bauen. Mhm. Du hast noch mehr Schaden anrichten. Ich bin halt nicht mehr. Ich bin dann schon mal dran. Es ist wohl mal. Ja, so sollte es am besten auch sein. Nein, das sind nur drei Redstone-Repeater, aber das Ding reicht auch. Ja. Endlich stille. Ich will nichts mehr. Aber alles hat uns ausgefallen. Das hast du erst jetzt? Ja. Und die andere Produktion ist ja das, was wir gestern gemacht haben. Mit dem Dreckscheiß-Immörscher-Funktionieren-Kram. Das ist doch mega lustig. Nein. Auf jeden Fall habe ich jetzt alle Maschinen durch. Okay. Und jetzt hat er eine Railgun. Ja. Oh. Ja, die sind gefeuert. Cool. Hast du dauerhaft Schader drin? Ja auch. Oh. Hm. Na ja, ist ja auch ein Grinder, ne? Welche Rüstung hast du denn gerade an? Ja. Äh. Noch die... Die Pranium. Ja. Ja. Wir könnten uns da jetzt alle reinstellen. Dann verlinne ich mein Herz da drin. Ne, ich verliere Hunger. Mhm. Joa, herzlich willkommen beim Masochisten-Stream. Und sowas nennst du dann Whirlpool? Ja. Das ist heißes Wasser, woran wir gerade fahren können. Ah. Komische Massage-Funktion. Die Füße müssen doch auch mal machen. Da hat einer eigentlich schon eine Nuke gebaut. Hm. Meinst du das Ding hier? Oh ja. Ja. Haha. Ich hab's noch nicht befüllt. Ich lass das auch nie, weil das endet nicht gut bei mir in der Hand. Achso, ich hätt's befüllt und dann in, ähm, in einer Mining Dimension vielleicht mal in die Luft gejagt. Ja, das... Ich weiß nicht, brauchen wir... Erstmal gib die Nuke wieder her. Die muss ins System. Haha. Oh. Die hab ich. Ich dachte Tronic hat's da aufgesammelt. Die hast du schon in der Hand gehabt, dass die Fänge von der Nuke? Nein, hatte ich noch nicht. Doch, die hattest du schon. Die hab ich dir schon in der Hand gegeben. Nein. So. Später. Ja. Ja. Ich hab dir noch, noch so'n, so'n Leathermonster geklatscht. Ging schneller als ich gedacht hab. Ach, hattest... Hast du noch einige geklatscht? Ja. Ganz allein. Hattest du diese Ancient Dingsons gefunden? Nö. Achso, die, 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 die Festung ja. Ah. Ja. Ja. Das müssen die 15.000 Monster nehmen, oder was? Die, 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 die ich auch noch gemacht habe. Ja. Na, wie lange saust du dran? Ähm, zwei, drei Minuten. Vielleicht vier. Das geht ja noch. Ja. Gibt's Schlimmere, sagen wir mal so. Na, hier guck mal mein Schwert, das hast du ja auch noch nie gesehen. Ach du Kacke. Und jetzt nicht wieder geben. Ist das nicht ein bisschen... Ich würd's auch noch mal sehen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Den nicht geben. Wir geben. Ach Gott. Das macht kaum Schade bei dir. Ey. Hey. Okay. Äh. Hat einer von euch so ein, äh, Template eigentlich? ich über für die unobium ne unobtainium so ja aber ich will jetzt nicht ins asser laufen das müssen wir auch noch mal wieder vermehren noch nicht so noch fünf stöcke da drin danke schön alles gut sind doch ein großes team bei kevin bin ich mir nicht so sicher da liegen templates auf dem boot hat ja gesagt ihr solltet immer wieder welche machen deswegen ja dann mache ich mal das upgrade die letzte rüstung stufe genau bis gleich genau mit fischen sind sie durch und ja sieht richtig gut aus also da brauche ich noch ein bisschen denke ich mal das 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 Und was für ein Schwert? Nee, das will ich selbst bauen. Warte, warte, warte. So, ähm, Iron Furnace. Ich glaube, das wird so gar nicht angezeigt, der Schaden. Jetzt ist es mal hinzukriegen. Und wir haben den Weg. Ich glaube, das werde ich ja später machen. Ich muss irgendwann bald kochen. Ich will Wackelpudding selber machen. Heute? Ja, der muss bis morgen mit der Kabel, der muss bis morgen abkühlen. Warum? Kommt Leute zu Besuch? Mitunter, ja. Und passt da Wodka rein? Warum? Schmeckt gut. Aber doch nicht für Kinder. Doch, die Kinder sind dann noch ruhig. Wird ein sehr entsperrter Arm, würde ich sagen. Nee, aber da, wo das Schwert herkommt, äh, damit, mit der Mordfahrt, hast du schon angefangen, Diakok? Ah, dieses Mao sonst was? Hm. Okay. Da muss man irgendwie Villager opfern. Nee, 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 das ist noch ein bisschen anders, weil es ist aus dem Bot jedenfalls. Alter, das ist, das droht da. Die sind rot mit dem, den Umkreisen. Ja. Macht, macht nachher, weiß ich nicht, 50.000 Schaden oder so? Ja, genau. Also das ist morgen oder so, ne? Genau. Also das ist das OP-Schwert ohnehin, ohne weg. Du weißt, da gleich zwei Stück, ne? Äh, lass mich erstmal in die Mod reinfinden, bitte, ja. Ja. Aber wie gesagt, jetzt mach ich auch noch ein Dritt. So. So. Bis gleich. Jo, bis gleich. Ja. So. 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 Ja, sag ich ja. Schön, entspannten Abend. Kinder sind hardcore besoffen. Liegen irgendwo in der Ecke rum. Entspannter geht's doch nicht mehr, oder? Oh Gott, sorry. Ich weiß nicht, dass ich ein Geheimnis habe. Vielen Dank. Ja. 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 Also, auf Deutsch, Villager abschlachten. So, wie bekomme ich denn Caliburn? First, Undead and Aldenholy will fear it and attempt to flee. Second, right-clicking will put Booz, the caster and such monster closer. Using the Z keybind, the sword can smite such monster with a cooldown. As Caliburn is a sword, the power consolation process can be repeated by simply enchanting it. Caliburn seems to have some innate limits. Maybe there are some items you could offer to the lake with Caliburn as proof of your purity to remove these limits. Oh, geil. Point ice. Maotsuki. Simply as a magic. Okay. Wollen wir mal gucken, was man machen muss für den Caliburn. Steht hier nicht dran. Okay. Spell, fake, secret, bio. Okay. Wearable. Okay. 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 Let's go ahead. What about the here? Where is the... Here? The actual key. Yes. A cut. Okay. Okay. Well. oh cool haha Haha. 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 Schön. Ach das mag ich. Ach das mag ich. Anscheinend. Also. Vor allem das wird auch noch im. Oh Gott. Also. Laut dem Buch von. Maho Zuki kann man. Einfach mal im Rüstungsteil Rechtskrieg drauf machen. Und man bekommt. Dies angezeigt. Das heißt wir. Sollten nochmal 9 herstellen. Damit man das ein bisschen cooler machen kann. So. Den Projector. Wo haben wir ihn denn? Ne. Kein Fock. Da. Das heißt geht auch. Speed 2. Z. 0.5. 0.5. Z. 0.5. Achse habe ich verkackt. 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. pink gut cool ja das finde ich lustig also man kann sich das jetzt auch unter die Füße machen ok das finde ich gut so Fogprojektor ja den kennen wir Mana Zeltes Boundaries Alarm Boundary ich will wissen wie ich Butterfly Effect Damage Action Ability Exchange Boundary S died Boundary Boundary differently können sie Boundary 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 Kaliburn Okay und wie kriege ich das? Das steht hier nicht, schade, ja weil dann hätte man den Spawner von Tronic verwenden Können dafür So das will ich dann eben gut gehen Minecraft Ich habe auch ganz ganz wenig damit gearbeitet deswegen Also ganz früher mal da gab es ein Katana So 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 Also Also Untertitelung des ZDF, 2020 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 Äh, getting mana. Okay. So, habe ich gerade was gelesen, was sehr interessant ist. Wir müssen gucken, ob wir irgendwo den... Okay. Close Optional. Powdered Iron. Das können wir doch mal hier hinsetzen, oder? Oh. Okay. 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 Glow Okay Also Ähm, wie war das nochmal? Oh Gott. Iron, Iron, Emerald, Powdered Iron. Verdammt. Oh. 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 Kriegen sogar zwei. Oh. Kriegen sogar zwei. Oh. 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 So. Ein Mana von der Klasse Every One Second. Okay, da muss ich ja wirklich irgendwas mit dem Drop Tower bauen. Okay, das geht dann hier nicht. Das muss dann über Baby Villager laufen. Okay, dann würde ich mal sagen... Warum wird das sowas mal? Holy Shit. Der Importer kommt nicht hinterher oder was? Okay. 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 Ah, wie machen wir das denn jetzt an Geschicktes? Alles so. Ob wir hier eben Drop Tower hin? Das dauert ja ewig und drei Tage. Wie viele habe ich denn schon extra? Zwei Stück habe ich schon. Okay, nice. Okay. 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 Also das hier ist der, das hier ist der, ich will 5 x 5 tau. Die komplette Fläche können wir eigentlich gerade umziehen mit Glas. 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 Dankeschön. Das war sie, oder? Minus drei. Ja. Gut. Also, mit minus drei kriegen wir das dann so hin. Okay. Und Gates brauchen wir noch. Gates. Fünfzehn. Minus acht. Oh. Sieh. Hä? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich krieg das noch irgendwann ein... Minus 3 Okay, minus 3. Hier ist dann minus 7. Dann 8. 6. Gut. Wollen wir auf den Start. So, minus 41. Minus 41. Was muss denn der Job sein? So. Opfer, Drop, Fight. So, yeah. Win, Win, Win. So, ja. Okay Ah Okay Ups Öffne ich Also 22 wurde hier geschrieben So 24 24 Ah Okay Sollte das ja passen Rf Tools Wir haben uns den hier Kämpze 3 11 7 11 7 7 7 24 7 7 7 7 Und Apollo Okay So Scheiße Hier wird dazu passendes Red Concrete Und Würde ich jetzt sagen Würde ich jetzt sagen oder Fett So 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 Und wenn ich dich jetzt hier fallen lasse Ah Dann hast du noch ein Oh Halbes Leben Cool Dann passt das Dann haben wir hier ein Villager Drop Tower Das ist genau die Höhe die wir haben müssen Üh Un An Auf Oh Ah, ach so. Gehen wir in die Richtung, oder? Gehen wir in die Richtung, oder? Machen wir hier einfach... Cool. Äh... Spawner, spawner, spawner. Fallen hier rauf und werden dann hierhin geschossen. Dann können wir halt auch noch Andere Spawner nehmen Ja, das hört sich gut an So Dann passt das Ähm, was wollte ich jetzt gucken Cool Also Extra Die wollte ich noch herstellen Jetzt braucht man dann hierfür Redstone Und Quarzt Mit Rich Iron ein Moin Bei mir ist jetzt endlich der Ganze Kram durchgecraftet Jetzt reicht's, wir können tauschen Jo Und was machst du für Dead Noises Hm Kennst du keine Dead Noises Nö Ich nicht Das machen Das sind Geräusche, die Väter machen Ich wer bin Hast du hier bei mir versteckt Jo Ich hatte die noch nicht einmal in der Hand Okay Das ist was Aber Nur den Storage Part am besten zuschmeißen Damit ich die Quest abschließen kann Ja Ja Moment Ich möchte mal verziehen Nur jetzt nicht aus Versehen Hilfe So Du müsstest es ja am Ende zusammen verachten Genau Eigentlich ja Okay Achievement habe ich bekommen So Ja Hat geklappt Super herzlichen Dank dafür Ich glaube Es ist halt Dann hier jetzt ja gerade auch nichts für Ja Jetzt denke ich mal irgendwie Ähm Ähm ATM Pack Gebuggt Ja Ich denke mal Sie ist ja noch angeblich da Ja ja Da ist sie Nur das Crafting Rezept ist weg Ja So Ich gehe dann mal Ne Baby Villager Mörder Mörder Maschine bauen Dann mach das mal Okay hier wollte ich eigentlich nicht hin So So Äh Genau Dann können wir die ja jetzt mal eben einsetzen Das einmal übertragen Jetzt machen wir hier Platz You're qualified Oh The lady must be on the vacation. Okay. Wie sieht denn... Oh. Guck mal einer an. Wir haben einen See gebaut. Weiß. Der zieht immer noch. Okay. Aber wir können jetzt eben... Okay. So. So. Das will ich nämlich hier aus Clear Glass machen. Vielleicht auch mit dem Glowing. Ich habe keinen Glowstone mehr. Ach. Jetzt weiß ich warum. Weil das noch übertragen wird. Okay. Panik. Zu dem Schest. Ops. Ich will das ja. Den dann rein und dann eben ein Top Dome. Gut. Okay. Also machen wir das 15 mal 15 mal 10 mal 11. Minus 3. Also 22. Wie sieht das dann aus? Das sieht ein wenig mickrig aus. Also machen wir das 30 mal 30. Das ist eigentlich egal. Oh. Ich sollte bei solchen Sachen aber aufpassen, wie groß ich das mache. Besonders wenn ich hier an der Decke von meiner Konstruktion arbeite. Aber... Die Größe finde ich in Ordnung. 22, 11, 30, 30. Top Dome. Follow. Chest. Und... Black. Concrete. Oh. Wow. Hat ein Stack gefehlt oder was? Okay. Okay. Oh. Oh. Simpel. Tschüss. Heier. Also haben wir das ja. Wie weit ist denn die Storage-Unit? Ah, da fehlt noch ein bisschen was. So, ich würde mal eine ganz kurze Pause machen und dann sollte eigentlich alles übertragen sein und wir sollten eigentlich dann auch mit dem ganzen Kram weitermachen. Und geplant ist es dann, dass wir hier dieses Live-Sacrifice machen. Und ja. Genau, das war die Idee. Also, mal gucken, wie das dann vorangeht. Das ist der Plan. Hier kommt Live-Sacrifice, oben fallen die Baby-Villager runter und dann müssen wir gucken, ob wir dann noch irgendwie noch andere Mobs hinzufügen, die dann einfach nur runterfallen sollen. Also, bis gleich. Das ist der Plan. Oh, man. Das ist der Plan. Also, bis gleich. Bitte. Vielen Dank. 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 So, hi. Jetzt müsste eigentlich das alles hier fertig sein. Hier. Ja, alles fertig. Und clear. Ja, yeah. Okay, okay. Okay. So, okay. Okay, okay. So, okay. Okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. Okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, here... Blaze. Okay, also was brauchen wir denn? So. Oh, cool. Olden apple. ok das brauchen wir jetzt als ente die gast hier ist ok gast hier ist auch durch spawn count picklich und das habe ich spawn delay healthful useful und conduit ok Condition, Spawn, Age Pack These rots Oh Spawn, Range, Spawn Two Two Dead Three Max Spawn Delay, also da brauche ich Unobtainium und das muss ich noch anzüchten. Ich bin einig, aber ich bin einig, dass ich noch anzüchten. Wer habe ich denn? Gott. Scheiße. Drei. Geht. Geht. Ich muss noch eben das Treat anpassen und zwar für. Dass da jetzt das High reinkommt und nicht mehr das, äh das Very High und nicht mehr das Normale. Geht. 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 Oh Gott, ist das laut. So. Dark Oak. Expansion Box. All right. So. So. Okay. Man, ab! Ich brauche mich doch nicht mehr schießt. Kein Trapped. Aktiv. Acht Stück. Damit sollte das auch erstmal durch sein. So. Yeah. Okay. Okay. Dann kicken wir mal. Dass wir hier. Ja. Also. Ah, super. Powdered Iron. Das wird jetzt ein wenig dauern. Jetzt ist die Frage. Die hoffentlich spawnen die nicht drüber. Aber dadurch, dass ich da drunter diese Felder gebaut habe. Dann sollte ich ja noch die, ähm, diese Linien bauen. Damit sollte das eigentlich auch sehr gut funktionieren. Loserskalen sind durch. Die sind auch. Husk. Husk. Okay. Äh. Grinder. So. So. Wie. Baby. Ha. 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 Äh. Oh, wie heißen die? Wie heißen die? Die Seesch... Äh. Schildkröte. Ähm. Wie heißt das denn auf Englisch? Turtle Egg. Huch. Turtle. Habe ich nicht. Turtle. Halt. Wichtig. Ich hab mir geschehen. Wie? writing. Wut? 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 Oh Gott, Hilfe. Nein, gibt es Villager DNA? Hm. Ah. Ein Buket. Okay, das ist fertig. Nice. Jetzt müssen wir nur noch einen Chicken finden und eine Turtle. Obwohl, da können wir jetzt mal eben Kompass und nach einem Beach suchen. Beach. Vielleicht finden wir da ja Turtle Eggs. Das sieht nice aus. 밖에 Lori dimivierst auch. hesse das 2 3 tiene Unplan Sie So... Das ist ja über eine Runde schlafen. Ich weiß gar nicht, ist es tagsüber, ist es nacht? Tagsüber. Welche blöde ist das? Ja. Vielleicht gibt es ja hier Turtles, Schildkröten, wo seid ihr? So, vielleicht gehen die ja auch, Kelp. Die gehen nicht. Da ist ein Crafting-Table. Bisschen sehr random. Was ist das? Okay. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Meine Schildkröten. Ah, hi. Ja, auf jeden Fall. Hattest du denn schon mal welche gefunden? Nee. Ah, okay. Ja, das habe ich auch vor. Was ich da gelesen hatte, war, das Beste ist mit den Baby-Villagern. Dafür brauchst du ein Schildkröten-Ei, damit du diesen... Oh, ich habe eine Schildkröte gefunden. Damit du diesen... Wie heißt das gleich noch? Jausful-Bonus für... Mach mal, mach mal, mach mal in den Wind drin. Deep-Learner. Kann man die in den Deep-Learner machen? Soll sie doch eigentlich gehen, oder? Ja, das ist ja auch ein Schildkröten, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube bei Hostile... Nee, ist da nicht drin. Hast du unten einfach dieses Drainage angebracht, oder? Nee, diese Barriere des Lebensraub, oder wie das heißt. Ja, genau. Okay, und dann... Füllt sich das nach und nach auf, oder wie? Ja. Okay, das ist entspannt. Das habe ich nämlich auch vor. Und irgendwie hatte ich gelesen, ähm... In ATM 9 muss man, um den Morgan zu bekommen, den Warden killen. Das sollte nicht der Problem sein. Nee. Aber musst du halt mit, äh... Hier, wie heißt das? Mit Caliburn... Das machen. Hm. Na, da hast du ja den sehe ich schon gemacht. Das hast du ja gesehen. Ja, genau. Der ist jetzt auch fertig. Aber man braucht halt irgendwie 5000 Mana... ...für das Schwert. Du musst so ein verzaubertes Schwert drin schmeißen, eigentlich. Genau, äh, eins mit, äh... Heilig drauf. Und da hatten die geschrieben, äh, einfach ein Schwert mit Smite. Ja, genau. Happy birthday, Darko! So, 5000 habe ich schon. Oh, sauber. Na, ich habe so einen, so einen, so einen, so einen Diamantring gemacht, da. Wo du die Mana nebenbei speichern kannst. Ah. Von Mau. Das sehe ich auch gerade. Oh, du brauchst doch für, für das, für das letzte Schwert nachher irgendwie 15.000 oder so. Oh. Okay. Was denn das letzte Schwert? Ne, ne, der Morgen. Ach so, ich dachte, der wandelt sich einfach so, weil du böse bist. Ja, ich glaube, irgendwie war, irgendwas war da. Er ist, er ist die 5000, weil du das Ener-Schwert haben musst und dann musst du dann nochmal tauschen. Ah, okay. Okay. Ja, ich glaube, irgendwie war, irgendwas 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 war, was war, irgendwas war, was war, was war, was war, was war, was war, was war, 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 war Ne, irgendwie solange die Zone geladen ist, haut das da komplett rein. Die Zone geladen, die Zone geladen, die Zone geladen sind. In Hostile-Netzwerk kannst du die nicht reinfahren, ich habe gerade noch nachgeguckt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Okay. Das ist gut. Das war's für heute. So, dann werden wir die Turtles ein wenig einsperren. So, dann werden wir die Turtles ein wenig einsperren. So, dann werden wir die Turtles ein wenig einsperren. Das war's für heute. 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 Oh. 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 Diese Geräusche im Hintergrund, ey. Mist. Ein zu hochgebaut oder was? Ein zu hochgebaut oder was? Ein zu hochgebaut oder was? Gott. Okay. Dann lassen wir das eher so. Okay. 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 Okay, tinted glass. 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 Okay, das erklärt es. Warum das hier auch so laut war. Okay, tinted glass. Okay, tinted glass. Okay, tinted glass. Untertitelung. BR 2018 So, und damit... So, vielleicht jetzt... Nach und nach die ganzen Sachen bekommen, oder? So... 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 Mit diesem schicken Feet kannst du diese dann in so einen Spawner packen. Genau, also du kannst alle Spawn-Acts, die du findest, kannst du in einen Spawner von Apothesia reinpacken. Okay. Deswegen habe ich die auch alle aufgesammelt. Gut. Gut. Und wie weit bist du mit deinem Schwert? Es dauert noch ein bisschen. Auch am. Erstmal muss ich diesen Death King finden. Death King? Gott, was habe ich nicht gelesen? Das ist noch einiges. Ich dachte, das wäre wirklich nur Schwert in Teichwerfen und das war's. Nee, nee, weil du brauchst hier noch was, warte. Jetzt werde ich gerade überlegen. Das ist noch einiges. Das ist noch einiges. Das ist noch einiges. Zum Beispiel bestimmte Ruhen. Okay. Und dafür brauchst du wieder Blankruhen erstmal. Das geht erstmal um das Schwert, um das stärker zu kriegen nachher. Und das Schwert stärker zu kriegen, brauchst du diese Ender Orb. Ender Upgraded Orb. Versuchen. Weil anfangs hatte es keine, äh, warte es jetzt, 50, 5 Millionen oder was das ist nachher. Boah, ist er abartig. Und diesen Ender Orb, den schmeißt du dann nachher mit in den Teich hin. Ah, okay. Also das Schwert plus diesen Ender Orb und dann wird das erst stärker. Du Kacke. Weil von Hause aus hat das glaube ich, äh, lasst mir jetzt liegen, erstmal bloß 100. Also erstmal nur das Ender. Und das musst du ja auch erstmal stärker machen. Irgendwann gerade. Ich weiß nicht, ob das direkt mit dem Buch beschrieben ist, keine Ahnung. Weil das Buch ist ja beim Luftdeutsch, weil ich ja das Minecraft auf Deutsch habe. Ja. Oh. Und das komplette Buch ist auf Deutsch? Ja. Krass. Endlich machen wir eine Mock, die wir auf Deutsch gemacht haben. Also im Internet hatten sie sogar nur gesagt, äh, mit dem Schwert einfach, äh, Warden töten. Also mit Caliburn. Und das war's dann. Hm. Kannst du, kannst du ja mal versuchen, dass ich vielleicht... Oh, wir sind schon die 5 Millionen Eingangsschaden hat, keine Ahnung. Ne, ne, das kommt dann nach und nach durch die, äh, Villager, die getötet werden. Ja. 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 So, dann gucken wir. Smite. 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 Ssröö. 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 Ah no. Schuss! Ja, wenn du 5000 hast, äh, warte. Ich sehe dich da gerade auf der Karte. Da will ich doch sehen, was passiert. Ich wollte es ja nicht reinmachen. Ah, sorry. Oh. Ah. Ein Savannenenderman, den habe ich auch noch nicht gesehen. Oh. Oh. Hier, guck mal, da kommt direkt ein Ziel für dich. Hat halb, hat halb noch keinen. Okay. Okay. Ich mache keinen Schaden. Und damit soll ich jetzt einen Roten töten werden. Äh, ich weiß nicht, ob du das wirklich vorher noch irgendwie upgraden musst. Weil irgendwie auch in dem Buch steht ja, wenn du auf Caliburn gehst, dass man das, äh, am Chart soll. Und nur, um das Limit aufzuheben, sollst du irgendwie was extra machen. Oh, ich muss mal eben Akkus holen, Clermont. Oh. Okay. Okay. Yeah. Okay. Okay. So. Es steht halt, Kalibarn scheint natürliche Limitation zu haben. Vielleicht gibt es ein Item, das deine Reinheit in dem See beweist und wenn geopfert Kalibarn stärkt. So steht es im Buch. Und das ist halt der Prick meiner mit dem Ender-Dings da. Ender-Op. Okay. Ender-Op. 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 Ja, auch doof, übersetzt wahrscheinlich. Die größte Dunkelheit entsteht, wenn das Licht verunreinigt wird. Dieses Schwert entsteht, wenn der Spieler seinen teuesten Freund ermordet. Äh, äh, ja. Genau, alle gingen davon aus, dass es irgendein Pet-Dog oder so, aber ja. Okay, dann mal hier aber ein Morgon-Weier. Okay. Ich bin gespannt. Ich auch. Also ich will heute zumindest noch Kaliburn bekommen. Meine Mana ist ja schon bei 3000. Ach Gott. Ja, bei meiner ist 159. Meine Mob-Farm ist nicht so gut. Du hast ein paar mehr Spawner, ne? Nö, geht gar nicht. Wie viele Kreise hast du denn auf dem Boden? Ein. Ein. Ja. Ich glaube, ich war... ...8 oder 16 Kreise vom Boden. Ah, okay. Aber die ziehen halt auch jedes Mal 5. Aber ich lasse die Mops gerade auch aus hoher Höhe runterfallen. Ja, die mache ich eigentlich gut. Und wenn du gut Spawner benutzt, wenn du schnell Spawner hast. Ja, gehe ich auch von aus. Beziehungsweise vielleicht ist es bei mir auch eher dadurch, dass ich die Villager da habe und keine Monster. Die Villager brauchst du erst später, nämlich. Ja. Ich guck mal, wie ich das weitermache. Doch, nur. Oh. Du kannst ja den Kaliburn machen. Okay, danke schön. Oh, ja. Oh Gott. Hi. Wie ging das? Ah, durch das Portal mit durchgelatscht, ne? Gut, dann mache ich jetzt aus. Jo, dann schönen Abend dir noch. Jo. Ciao. Tschüss. Ah. So, jetzt können wir den Server kaputt machen. So, das will ich doch jetzt mal sehen. Davon kann ich ihn? Oh. Ah. Ja. So, die Kugel. Kali-Burn. Upgrade. Ähm, an sich nicht. Aber man kann wohl ziemlich viele Sachen machen. Und dadurch wird es stärker und dann kann man das irgendwann korrumpieren und man bekommt morgen. Und das kannst du nehmen für äh, Villager töten und dann wird das immer stärker, je mehr Villager du getötet hast. Und ich gucke mir gerade im Hintergrund ein Video an. Und ich gucke mir gerade im Hintergrund ein bisschen Ah, ok. Ich habe da gerade was gelesen. Das fand ich ganz interessant. Und zwar... Wie heißt das gleich noch? Das Kaliburn verzaubern. Oh Gott. Äh, wo war... Und zwar verzaubern. Und wieder in den See schmeißen. Ah, ich habe nicht genügend Mana. Okay, man braucht anscheinend dann wieder ordentlich was an Mana. So, was passiert denn? Und irgendwas mit Nether Stars war da auch. So. Okay. Nettes Schwert auf jeden Fall. Ja, und du siehst oben links in der Ecke, dass ich versuche, da ein bisschen besser zu werden. Und da, wie ist es? so oben links ist nämlich mein Mana und je mehr ich davon verbrauche desto ähm mehr kann ich bunkern und hier hab ich so ein Orb mit dem ich Mana speichern kann und ja und 5000 für ein Upgrade damit es dann am Ende stärker ist Crystal äh External Exterminate so ähm French nicht French, French so oh ähm dann brauche ich noch einen Exporter oh oh fluid an äh 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 ah Das hat nicht geklappt. Oh Gott. Ja, das war auch noch eine Idee. Okay, ich will jetzt erstmal gucken, wie ich das hier mit hinkriege. Ich stelle mich nur sehr blöd an. Äh, so. Oh Gott. Ne, das wird auch nicht. Äh. Wie machen wir das hier? Okay. Okay. Und den Exporter, der kann das so. Pipe. 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 Äh, okay. Das war's für heute. So, dann passt das. So, und da hattest du jetzt einfach mehr hingestellt. Okay, das werden wir doch mal ausprobieren. Okay, das war's für heute. Okay, das war's für heute. Okay, das war's für heute. So, das sollt ihr reichen, ne? So, Aho, Tsuke. Okay, 460. So. Okay, das war's für heute. Okay, das war's für heute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sieht echt schlimm aus. Ja, mal gucken. Okay, können wir jetzt mal ausprobieren. Okay, das war's für heute. 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 Okay. Okay, das war's für heute. so davon will ich noch eine haben so Wolle Golden Apple Garst Oh Garst Ja, hier fehlen eindeutig Mobs, die das nach oben treiben Wenn das jetzt einmal auslöst müsste eigentlich ziemlich viel kaputt gehen Ja, das ist cool So Spawn Count Muss eigentlich Max Entities nach oben oder nach unten Okay Oh Okay, super, danke schön Dann werde ich mal Ich habe die jetzt auf Okay, sehr hoch gestellt, gut Okay, das ist super So And up Und Activation Range Ist eigentlich egal Weil Ach, wir brauchen noch Conduit Wegen Ignorieren, Player Ja Ja, das habe ich mir gedacht Und ich denke mal einfach Ich habe wirklich viel zu viele Äh Viel zu wenig Äh Mobs Die da runterfallen Als Gegner Und die Blaze brauchen einfach zu lang Und die da runterfallen der da Ich bin Ich bin Möbs Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin So, so... Habe ich hier irgendwo eine Trashcan? Ich werde nämlich nicht dasselbe Problem bekommen wie ihr hattet und zu viele NPD-Daten drin haben. Ja, super. Oh. Das sind Tower Guards. Uh, jetzt geht's schnell. Wir haben wirklich Monster gefehlt. Danke, wünsche ich dir auch und eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Danke fürs Dabeisein. So, iron. 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 Firen rein schmeißen. So, iron. So, iron. hatte. Man verzaubert das jetzt wieder mit Smite und dann macht das wieder mehr Schaden. Und so wiederholt man das halt die ganze Zeit immer wieder. Bis man 100 erreicht hat und dann brauchst du anscheinend nur ein Nether Star reinschmeißen. Ich weiß gerade nicht was du meinst. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hätte da irgendwann nicht mehr drauf geachtet und dann wäre das bestimmt vollgelaufen. So, Attack Damage 19. Okay. Okay. Okay, jetzt verstehe ich's. Ja, nee, ähm, du lass mal da, da, trage ich lieber Vorsicht und, ne, man lernt ja auch aus den Erfahrungen von anderen. Okay. 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 So, damit haben wir wieder drei Smit-Bücher. Dann können wir wieder eins verzaubern. Ups. Falsch weggeschmissen. Kalibern. Wie, welche Gerüchte? U27. Falsch weggeschmissen. Falsch weggeschmissen. Falsch weggeschmissen. Falsch weggeschmissen. So, und wieder reinschmeißen. Achtunddreißig. Falsch weggeschmissen. Falsch weggeschmissen. Falsch weggeschmissen. Ja, der Fokus ist schon lustig. So, und dann können wir wieder einen Kaliburn reinschmeißen. Falsch weggeschmissen. Und jetzt hat es 42 Attack Damage. Falsch weggeschmissen. Falsch weggeschmissen. Okay, ja. Jetzt habe ich es auch versucht, also. So. Das ist eine schöne Mobfarm und wir kriegen sogar noch was davon. So, ich wollte hier kann ich noch zwei Essenzen Okay Zweimal Smite machen Oh 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 Und... So. Ah, 45 nur? Oh, nice. Dankeschön. Äh... Die war hier irgendwo hier oben, ne? Was zur Hölle ist das hier? Oh, krass. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ich bin mal so frei. Aber was zur Hölle? Das sind so ein paar Level. Was zur Hölle? Ja, so ein Levelproblem hast du echt nicht mehr. Ey, ich bin hier noch am Anfang unterwegs. Oh, nee, das wollen wir nicht. 48 nur noch. Ich glaube, ich schmeiß mal ein Netherstar mit rein. Ja, sorry. Wow, ich glaube, der hat ein bisschen noch. Back. Okay. Dann schmeißen wir erst Netherstars rein und dann verzaubern wir. Ah, funktioniert anscheinend nur, wenn du das Cap erreicht hast. Ah, okay. Krass. Caliburn mit 51. 54. Ich glaube, ich gucke mal, ob ich ein Warden spawnen kann. 500. 35. 35. 45. 35. 36. 35. 37. 36. 39. 39. 40. 41. 41. Hat hier jemand alle Schrieker abgebaut oder was? Ah. Pillager? Hello darkness, my old friend. Where are you again? So, bist du. Das ist mein Spawner. Das ist mein Spawner. Das ist mein Spawner. Das ist mein Spawner. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, das könnte auch sein. So... Oh, das könnte auch sein. Oh, das könnte auch sein. Oh, das könnte auch sein. Es könnte auch noch ein Schrieker irgendwo anders sein. Oh, guck mal. Oh, das könnte auch sein. Oh, das könnte auch sein. Gute Nacht und bis morgen dann wahrscheinlich. Ich will jetzt hier auch nur noch einmal den Warden beschwören. Geht doch. Oh, ich könnte mir aber... Hostile? Oh, ich bin jetzt. Inhumanität. Oh. Ah, ich musste noch 6 mal killen. Okay. Okay. So. Peace. Oh, dear. Okay. Oh, dear. Oh, okay. Oh. Oh, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber guck mal, ich hab jetzt hier schon 79 Schaden So, 79 und wenn ich Villager töte, 88 Aber das verbraucht halt Mana Jeder schlag dann halt Aber das coole an dem Schwert ist wirklich, dass du Umgebungsunabhängig angreifen kannst Also, boah, wie weit ich wegstehe Aber das zählt dann halt nicht dazu Und jetzt weiß ich nicht, ob das Innated Cap wirklich bedeutet, ich kann das nicht weiter upgraden Ich hätte erst das Kalibur besser upgraden müssen Oh, nee, anscheinend nicht Ich bin ja, anscheinend nicht Ich bin ja, anscheinend nicht Aber ich bin ja, anscheinend nicht Das war's. Also, das macht ordentlich Schaden. Und jetzt will ich eigentlich mal gucken. Wie viel Damage das gegen einen Warden macht. Was läuft falsch bei dir? Nice. Also, Beefy Destroyer... Was läuft falsch bei dir? Ja, mach mal. Dann kannst du ja nochmal informieren. Aber 101 Damage ist eigentlich recht nice. Ja, mach mal. 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 Nice. Oh ja, das wird wirklich interessant. So, ich wollte aber noch irgendwas ausprobieren. Ah. Irgendwie gab's doch mal was mit diesem Deep and Darker. Ja, ich bin mir aber gerade nicht sicher. War das so? Hey. Äh. Ffff... 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 Wie war denn das noch? König L? Deep and below the blocker, okay. Oh. Auf geht's ins Deep Dark. Oh, falsche Seite. Ja, willkommen im Deep Dark, oder Deeper und Darker. Wie heißt das hier? Echoing Forest. Oh. Hallo, da. Was ist das? Ah. Uh. Säugli. Was bist du? It's Breeds. Cool. Oh. Also, ich habe den Waden getötet und es gibt Shriek Worms. Oh. Und wenn man den Waden, Warden, tötet, kriegt man ja sein Herz. Und mit dem kann man ins Deeper und Darker reisen. Heißt das so? Ja, auf jeden Fall laufen hier Waden-Kreaturen rum. Der Waden kann beschwört werden. Und ist alles ein wenig anders. Ja, und wenn man dann auch noch die Shader aus hat, sieht es sogar noch besser aus. Okay, sieht genau so aus wie vorher. Ich habe nichts gesagt. Mit Shadern sieht es besser aus. So. 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 Organ Upgrade. So, how to improve? So, how to improve? Auf jeden Fall, ich gucke mir gerade noch ein Video zu dem Mahu an und ja, dann eine gute Nacht dir. So, how to improve? So, how to improve? So, how to improve? Ich denke mal, man kann hier noch normale Sachen drauf hauen und dann... Ja, okay. Also... Ich denke, ich werde auch Feierabend machen. Ist ja auch schon spät geworden, ne? Haben schon halb eins. Das ist sehr spät für mich. Genau. Ja. Nice. Ja. Ja. Okay. Also, Freunde. Ich werde Feierabend machen. Ich wünsche euch noch eine angenehme Nacht und einen ruhigen Schlaf und schönen Abend noch. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Dann gucken wir uns mal ein bisschen mehr an, wie das Maozuki läuft, ob man das noch weiter upgraden kann. Und gucken dann einfach mal, was wir hier noch so machen können. Ja, und sonst schlaf gut, schönen Abend und dann bis morgen. Ich denke, ich werde so gegen 15 Uhr online kommen. Je nachdem. Ich wollte noch Familie besuchen gehen. Also, gucken wir einfach mal spontan. Aber morgen wird auf jeden Fall gestreamt. Also, tschüss und auf Wiedersehen. Tschöriö.